Guten Tag! Hier ein schöner Klassiker, ein 964er aus dem Jahre 1993. Die 964er der letzten Modelljahre zeichnen sich durch bessere Dichtung aus. Wir haben die Korkdichtung ersetzt, vor allen Dingen aus den 89ern und 91ern. Hier in einer klassischen, beliebten Farbe für unseren deutschen Kunden indisch-rot oder auch guards-red, kommen noch wunderschönen 17 Zoll Felgen, auch preispflichtig, schwarze Bremssättel, Porsche Emblem in Felgenmitte, verdeckt schwarz, lederschwarz, sehr guter Lack, zwei Vorbesitzer und unabhängig vorinspiziert im Fernstaat Illinois und hat es gut gefunden, vorm Erwerb durch unseren Kunden. Schauen wir kurz auf den Motor. Das ist ja ein AERA 2, also ein Hecktriebler. Hier ein sehr gepflegter Zustand. 3,6 Liter, 250 Pferdestärken. Ein sehr schönes Auto in einem überzeugenden, Mehrheitsüberzeugen im Preis-Leistungsverhältnis. Denn auch der Innenraum wirkt sehr gepflegt. Hier eine tolle Option eigentlich für den 9,64er, gab es auch für den 993. Eine Rear Seat Delete. Das heißt, die Rückbank wurde ersetzt durch diese Ablagefläche und darunter befindet sich auf beiden Seiten dann ein abschließbares Fach. Da kann man auch Wertgegenstände reinsetzen. So. Wenn wir hier nochmal reinschauen, Fahrzeug ist zu bevorzugen als Handschalter. Sehr beliebtes Aftermarket Radio. Gut mit Bluetooth von Sony. Vielleicht gar keine schlechte Investition. Den Touristen natürlich nicht so genehm. Laufleistung sehr überschaubar. 51.000 Meilen, also ca. 83.000 Kilometer seit 1993. Sehr überschaubar. Handbücher sind auch alle dabei. Leider keine Ledermappe. Aber Fahrzeug hat wenig Makel. Auch hier nochmal das Porsche Wappen drin. Soundsystem. Fahrzeug hat eine Klimaanlage. Schauen wir nochmal kurz nach vorne in den Kofferraum. Hier nochmal ein Blick auf den Markteil ihres Vertrauens. Hier führt es sich fort. Option-Sticker unter Kofferraumdeckel. Hier alles gepflegt. Da sehen wir auch nochmal Indisch Rot. Das ist auch die originale Farbe. Und hier dann Ersatzrad-Werkzeug. Alles vorhanden. Und hier nochmal ein Win-Sticker vom Porsche. Ein sehr, sehr schönes Auto. Cabrio. Luftgekühlt. Indisch Rot. Lederschwarz. Handgeschaltet. 82.000 Kilometer. Wir, das Team von Schone-Autoburgers. Infolorder. Wir wünschen Ihnen über konnte Allzeit gute Fahrten. Viel, viel Vergnügen mit Ihrem neuen 64er. Da wir uns hier schon bei unserem deutschen Verschiffungsplaner befinden, bewegen das Fahrzeug nun zur Verladerampe. Dort wird es professionell im 40-Fuß-Container gepackt. Der Container geht dann zum Hafen Miami. Und von Miami geht es auf die Seereise nach Bremerhaven. Und dort zur Homologation, Umrüstung, TÜV und schließlich zum Endpunkt. Vielen Dank und auf Wiedersehen.